Wir sind für Niedersachsens Untergrund zuständig. Bei uns sammeln wir alle Daten zur Geologie und stellen diese anschließend auf Portalen wie den News-Karten-Server zur Verfügung. Diese Informationen unterstützen bei der Planung von Infrastrukturprojekten wie beispielsweise Straßen, Bahntrassen, aber auch für die Gewinnung von Rohstoffen ist es wichtig und darüber hinaus auch noch für die landwirtschaftliche Nutzung von den Böden. Hier haben wir die Möglichkeit, den Untergrund zu erkunden bis zu einer Tiefe von 5000 Metern. Das Ganze dreidimensional und haben so die Möglichkeiten uns die Seilstöcke anzugucken, Störungen, aber auch die Verteilung der einzelnen Schichten. Vor allem Geowissenschaftler und Ingenieure haben so die Möglichkeit, beispielsweise Seilstrukturen und Lagerstätten im Raum zu visualisieren, aber auch der interessierte Laie hat so die Möglichkeit zu sehen, was unter seinen Füßen los ist.